Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Ich werde jetzt gleich die Webcam wegmachen. Weil... Wir... Abgröße eine Waffe. Weil wir... glaub ich kurz... Der Bronco Boost. Ähm... Ähm... Ich glaube wir stehen kurz... Vor... Vor... Äh... Um den... Äh... Fitstrait zu stellen. Schadenbooster. Dann haben wir... Und... Und... Jetzt haben wir natürlich nicht zu viel. First Gun. Schadenbooster. Ah! Du hast gewusst es. Na schön. Ok jetzt geht's weiter. Igen... Was... Was... Schressen so! Nein! Aufhören! Oh fuck! Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. F concluded! Oh, es gibt immer noch mehr zum Schadengler. Oh. Oh, ey. Oareru vibre! Oh, ey! Oh, ey! Wow! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Oh, ey! Ich hab nichts gefunden. Dabei hab ich noch genug. Oh, fuck. Holy shit, holy shit. Holy shit, holy shit. Holy shit, holy shit. Holy shit. Holy shit. Yeah. Is this a commercial candy meme? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Okay, das war auch ein bisschen. Danke. Das war's. Elisabeth! Schon dabei! Piss ist laut Franz. Ja ja ja. Ist schon gut. Französ, das brauchen wir nicht mehr. Es dauert noch ein wenig. Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um. Bucca, wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Ich hungere da alleine. Wir müssen etwas tun. Hebe mich hoch. Okay. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Okay. Das ist es. Das ist deine Bewegung, Daisy. Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Boze ausreizen. Aber ich glaube, das war keine gute Wahl, sie schwarz zu machen. Das war nicht klug meiner Meinung nach. Ich bin ein Pisch. Ich bin ein Pisch. Ich bin ein Pisch. Mein Name. Salze! Stehen! Elisabelle! Elisabelle! Hör zu! Ich denke du solltest mit mir reden! Ich weiß wie das ist! Schade! Wird jetzt endlich eine BCC gehen? Held der Arbeit! Elisabelle! Elisabelle! Sie hatten nur das! Hör zu! Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen! Wie wirst du all das wieder los was du getan hast? Gar nicht! Man lernt eben damit zu leben! Also der Moment der Wahrheit! New York? Oder Paris? Nein 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 nein! Scheiße! Los! Wir müssen zusehen dass das Ding irgendwie schneller wird! Wo sind wir? Gashebel oder Beschleuniger gehen! Wirst du wie das Ding aussieht? Keine Ahnung! Hilf mir suchen! Ah! Ah! Das ist einfach hier! Hör auf das! Acht! 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 Echt! Acht! Acht! Emporia! Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Nein, doch. Versuch's noch. Bitte sehr. Man sieht das jetzt wahr. Bucker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist es. Nein, das ist es. Bucker, schnell. Nein, ist es nicht. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Schnell, Bucker, schnell. Jo, 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 jo. Nein, das ist es nicht. Doch, doch. Nein, doch. Lass doch auf. Aufhören. Nein, ganz sicher. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Jetzt habt ihr's geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann... ...bringt er einen hin, wo man hin muss. Wer zum Teufel sind. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Bucca. Das ist Comstock Haus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Wachspopper gibt. Ist das Piano? Ich bin da. Ich habe Angst. Komm jetzt. Du hast das. Springen schon. Springen. Springen. Du schaffst uns nicht. Ich bin da. Ich bin da. Ich muss jetzt nicht... ich hab nicht wusste, dass das geht. Shit! Ah! Shit! Ich muss weg. Okay. Ähm... Okay, ich... Scheiße. Äh... Ich hab... Ja, ist... Right on the fire. Okay, officer. See. Ich will bloß weg hier. Ich hab nichts getan. Was hast du da, Geldsack? Hoppala. Was ist das? Ein Monocle? Was soll ich denn da reden? Ich hab Geld gefunden. Oh! Ich will das nur noch hin. convince ich mich nicht zu machen. Danke! Ich hab' da... ... immerhin die Abwürfehlung. Ich hab' da gerne verdient. Ich hab' da... Wir haben wir den Abwürfehlungsm underlying. Der Abwürfehlungsmöglichkeiten. Lass' alles wieder zurückkonten. Was ist denn die Abwürfehlungsmöglichkeiten? Haben wir keinen Abwürfehlungen? Was ist denn die Abwürfehlungen? Ja, das ist wirklich nicht? Oh, was ist denn die Abwürfehlungen? Ich変' da. Nein! 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 Oh, f***! Okay. Wir sind das erste Mal gestorben. Ich hab mir nicht gedacht. In Ordnung. Hier, Booker! Wir haben immer mehr. Ausblut! Nein! Dann schon. Wir reden jetzt nicht schlecht. Schade. Ich dachte eigentlich, dass wir dieses... Das Match... Oder das Match. Idiot. Das Spiel durchmachen. Ohne zu sterben. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Ja. Ich möchte jetzt schon helfen. Ja. Ich bräuchte hier Hilfe. Kein Problem. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... Mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Geschafft! So. Kann ich das nicht... Den kann ich nicht. Ich würde jetzt... Den kann ich nicht. Ich würde jetzt... Nichts blicken, dass ich weiß. Kann ich's nicht... Ich hab dann... Weckstoßen. Seh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Infolges Blut erst mal in Wallung kommt. Beruhigt es sich nicht so schnell. Das entlebt an unseren Händen. Ich glaub, dass die... mit seiner Decke stecken. Mit einer Meinung. Eine Meinung. Oh fuck! Tell us prophet do you see us coming? Holy shit! Ach! Das wird nicht lange dauern. Alter Seemann! Lass die Kraft namens Sog die Kraft! Bitte! Soghilfe. Erhält er so einen zweiten, die du gleichzeitig ziehen kannst. Na, die du halt auch nicht sparen. Haben die wirklich... ...die... 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 ...die Stiles aufgehängt? Wir haben die Piste wirklich skarpiert. Ist das ein Scheiß ernst? Er hat die Piste wirklich skarpiert. Echtig. Und? Ja... Ich muss das machen. Wagen. Ich muss das alles machen. Das ist wohl ein bisschen harter Torak. Ich sehe ihn! Ich weiß es schon was! Ich habe ihn wieder getötet und er hat ihn dann so respektiert. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Ich habe etwas gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Oh, Jesus. So, dann muss ich wohl hier weg. Oh, Mann. Ja, ich entgegen sie. Hahaha. Ha! Jetzt sehen wir, bis er immer gesund wird, ist immer gut. Dann ist uns nichts mehr, gehen wir aus dem Weg. Willst du das öffnen? Mal sehen. Bitte sehr. Bitte sehr. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Das ist kein Subjektiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft. Den Satz des anderen beenden. Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Hm. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komm ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert hab. Ja, schwebende Stadt. Komm. Komm, Starkhaus ist dabei. Das werden wir... Wahrscheinlich erst am Schluss. Wenn überhaupt kapiert. Alles mitnehmen. Der Spross des Propheten wird den Thron bestanden. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Komm, Stark? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was im Ende, um dich gewügig zu machen. Was denn? Ich glaub, das will ich gar nicht wissen. Ist gleich noch besser. Wer weiß, was du nicht... Wer... Wer hat das Flug wahrscheinlich eh erfahren. Hm. Aber ich glaub nicht, dass wir das wollen. Äh... Falls irgendwer meine Stimme hört... Es sind schlimme Zeiten und ich könnte... Ja, ja, ja. Was haben wir denn hier? Feuerhageln? Ah, okay. Hm. kristin Okay, ich bin mit Geld. 800 hab ich, okay. Äh... Dann wäre ich jetzt das. Oder die Tonicum. Hm. Ich werde mal meine Waffen ausrüsten. Zwei... Earth Gun... Äh... Äh... Hm. Äh, 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 äh. Okay, und jetzt ist er noch... Das Revolver... Schrott flinkt, äh... Das ist ein Schaden. Unzeitliche Mysterien. Puh, 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 okay. Hier, gut aufheben! Ich geb sie gleich raus. Der Distrikte hört an! Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte! Jeden Bewaffnissen! Jeden Brillesträger! Äh, Mr. Comstock! Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Er stellte sich aber raus, Dovid spricht zu. Fertig! Hilf mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich... neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihnen das Messer halten. Alter, das ist doch... Alter, das ist doch... Alter, das ist doch... Das ist alles so verdammt krank. Das ist ein Schloss aufzuknacken. Mal sehen, was ich tun kann. Erledigt. So. Rausschleifen. Weil wer weiß, ob das wirklich auf YouTube erlaubt ist oder nicht. Ja, ich glaube gerade hier, bei der Spielereihe. Ich habe mir oft gesagt, ja, ich darf das nicht. Also. Der Zeitpunkt von dieser und dieser Minute mit dem Jungs jetzt. Wegen dem und dem Lied. Was ist denn? Ich weiß nicht, dass ich hier nicht... Brauchen wir Geld? Hier! Das Logo! Irgendwie passen die kurzen Haare, also besser als die langen zumindest. So, verliebt mich willkommen, das passt auch. So, verliebt mich. Oh, schießt euch, schießt. Danke. Ah, hier. Okay. So, da. Hier, hier raus, ja. Ah, bevor ich hier rausgehe. Okay. Gibt es hier schon wieder einen? Genau, hier gibt es unseren Boost-Automaten. Gut. Aber, bevor wir hier jetzt draufgehen. In Central Depot. Äh, werde ich hier die Aufnahme beenden. Check. Äh, ja. Ja. Also, wir sind das erste Mal gestorben. Nach... 10... 11... 12... Ist das Vorge 12? Gewesen? Ich weiß jetzt. 11 oder 12, glaube ich. Äh... Ja. Und jetzt sind wir am Weg zu... Zum Ha... Zum Kaunstags Haus. Bin gespannt, was da uns aus uns da erwartet. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin. Macht's nicht gut. Macht's besser. Bleibt gesund. Und I see you in dem nächsten Video.